So. Ich habe einen Schritt genommen. Und dann habe ich ein Schock rippelt in meinem Stomach. Jetzt bist du erst da. Dann solltest du vielleicht sogar lieber jetzt gar nicht mehr zugucken und morgen nachholen oder so. Du bist so prädiktabel. Was? Aber dann weiß er doch jetzt, was vorhin rausgekommen ist. Klone. Oh yeah. Hallo kleines Mädchen. Das ist die Suki. So. Zeit für Aiba. Zeit für deine genialen Ideen. Ich frage mich, wie wir uns diesmal retten. Oh shit. Oh shit. Was ist noch mal B? Ach, da, okay. Ich dachte mir gerade vor, wie der Synchronsprecher das in der Aufnahmebox so laut rufen durfte. Darauf erstmal Prost. Na toll. Jetzt sind wir umzingelt. Und jetzt? Deus Ex Erotica. Die Musik ist irgendwie immer noch cool. Oh, oh. Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwas drücken? Oh, ja, das war ja extra schwer. Yay! Ich habe manchmal das Gefühl, die haben irgendwie bei ihrem Spielebesprechung oder Entwicklung gesagt, ey, unsere Spiele-Engine ist irgendwie nicht so gut geeignet für richtig coole Actions hinten. Und dann hat der Autor gesagt, gut, dann machen wir einfach absoluten Bullshit draus. Und ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen. Was denn jetzt? Äh, so. Okay. Hmm. Tja, jetzt gibt's gegrilltes. Jupp, ganz genau so funktioniert das. Kein Problem. I collected my vulva from the pond. You lied to me again. I have already explained this to you. If you hear the words porno magazine, your reaction speed increases by a factor of 3.6. Digital route is schon wieder 9. A rather convenient function of yours. Why wouldn't I take advantage of it? Dammit. How did you know about the lightning? Satellite imagery, atmospheric conditions and other factors. However, I predicted the lightning would fall elsewhere. So I had you launch wire bullets to direct the lightning to the pond. Yep. Anyway, where's Mizuki? I will scan for her. My eyes! My eyes! Oh. Mizuki! Wait for me! I'm coming! I sprinted through the rain-soaked garden and into the mansion. Not here. Doctor, I detect trace amounts of capsaicin in the air. Mizuki appears to have been sprayed with tear gas. No. Not this room. Not this room. Not this one either. I can't find Mizuki anywhere. This is... Mizuki's metal pipe. Oh, guckt euch mal das gruselige Grinsen an. What? One more step. He is killing this child. He is taking Mizuki hostage. Shit! Dottie, look around. Haha, Bärkletternut, ja. Mizuki must be nearby. Oh. Mizukis favorite metal pipe. Metal pipe? Oh. Welche denn? Not yet, but I know there's another room back there. Äh, wo? Da? Ah. Oh. There she is. Mizuki! That is so holding her. Son of a bitch is using her as a shield. Hält er sogar eine Waffe an ihren Kopf? Why isn't Mizuki fighting back? Ne, eher hält er sie an ihren Zopf, also weil er jetzt schießen würde. She does not appear to be conscious. I cannot determine why, but she is breathing. She is alive. I have to do something. Wait, don't move. Remember what So told you? That he can see us somehow. There may be a sensor or something similar in this room. Or I could just shoot him in the head. I would stop that line of thinking. If you shoot now, there is a high chance you will hit Mizuki. Then what am I supposed to do? Let me think. Okay, Aiba. Your time to shine. Once more. Das Gute ist ja, dass keiner weiß, dass wir Aiba haben. Und deswegen halt so bekloppte Sachen von uns nicht erwartet. Wie, wie, wie... Oder so, was für andere Leute dann übernatürlich erscheint. Sowas wie zu wissen, was im Safe ist oder bei Iris' Untersuchung über den Spiegel, durch die Kamera über den Spiegel gucken zu können und sowas. Okay. Aber meint er nicht, wir sollen uns nicht mehr bewegen? Vielleicht meint er damit, wir sollen keinen Schritt mehr tun. Aiba ist ja, bei der Aiba instruktion, moving carefully to not draw suspicion. Okay, also bewegt er sich nur so mega vorsichtig, dass es nicht aussieht, als ob er wirklich weiterläuft. First, throw the metal pipe toward the southwest corner of the room. Then, immediately shoot a spherical bullet at the pipe. No questions, there is no time to explain. You sure this will work? If you time it correctly, yes. My calculations are never wrong. Let's go. Yeah. Go! Anytime. Anytime. Oh yeah. Es ist jetzt wieder kompletter Bullshit, aber ich wette, die wollen... Ich meine, man kommt auf so ein Ideen-Deck, das ist einfach zu cool, das jetzt nicht zu machen, als Regisseur. Oh yeah. Mizuki! Mizuki. Dante! Mizuki, move! What? No. What do I do? Shit, what do I do? Protect Mizuki? Shoot, so motherfucking protect Mizuki. Damn it. Oh? Oh. Shit. Well, ein Dater weniger. Ja. By the way, do you like fireworks? Let me show you the most beautiful firework you'll ever see, but don't blink. It'll only be a flash. Do I shoot so? It's kind of a hard decision. Shoot that bastard. How do you like these fireworks? What? Guck nicht hin, das ist bestimmt nicht gut. I just wanna go to the Cabaret Club. Toll, berühmte letzte Worte. What? What? What did you say? Hey, quit fooling around. Die Gesichter sehen so gut aus, man. Come on! Dante! Get up! Hey! Hey! Dante! 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 Hey! 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 Halb drei. Nachmittags. Bitte nicht, da würde ich sofort wieder aufwachen, egal wie verletzt ich bin. Aber insofern, hier ist er. Du machst es so, wie er tot ist. Genau, sorry. Date hat einen Artificial Eyeball, called an A.I. Ball, in seiner lefte eye-socket. Das ist genau wo Soh ihn so sah. So, es war so, wie eine Art of Schild. Weil das so, der Ball nicht durchs Herz ging. Es hat Date's Leben geschaut. Der Surgery, um den Ball zu entfernen, war erfolgreich. Und jetzt müssen wir es warten, bis Date aufwachen. Das ist was supposed to happen, anyway. Aber instead... A bed. A bed with my pet lying on it. Date was like a pet cat to me. Das ist nicht lustig. Equipment used for monitoring vital signs. A curtain used as a divider. A cupboard. Okay. So, wenn es... ...about Date's punishment. ... 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 Du bist immer so! Argue mit mir! Dich mir, dass du gut in Anime hast! Date... Es ist nicht lustig, wenn du nichts sagst. Du bist so dumm. Hey, Date. Du bist so dumm. Du kennst das? Grade A. 1st-Class. King of the Idiots. Warum hast du mich beschädigt? Es war meine eigene Schuld. Ich bin in die Mansion selbst. Und dann habe ich Tear Gas sprayed auf mich. Er hat mich in die Hände und ich schraubte. Das war all meine Schuld. Alles, was ich getan habe, war ein Fehler. Aber du kamst, um mich zu retten. Du hast mich als ein Idiot zu sehen. Oh, warte einen Moment. Ich verstehe. Du wolltest mich zu retten, oder? Nachdem du mich zu retten hast, wirst du mich nie zu Ende hören. Du schaffst, Date. Großartig. Ja genau. Zehn Stunden lang jetzt. Speak honestly. Okay. Seitdem wir alleine sind, werde ich ehrlich mit dir sein. Also, Earlier, Boss said that you were like a hero, right? I think so, too. Deep down, you're a hero to me. You raised me since I was eight. Even when times were hard, or you were depressed, you were there for me. The past few days, too. After Mom and Daddy, I was trying to act like it didn't bother me, but really, I was just holding it inside. Staying quiet. Pushing my feelings down. And I just took it. I forced myself to be happy. But inside. It hurts so bad. Like I wanted to die. Sad. And afraid. And alone. My heart was about to break. But. But because you were there, I was able to fight it. You being there helped me be myself. Was ich daran jetzt etwas deprimierend finde ist, wenn man den Pfad auf der rechten Seite bedenkt, wo man die ganze Zeit mit Iris abhängt und sie total allein lässt. Das bedeutet, dass sie sich da ja richtig scheiße fühlen muss. Weil da kein Date da ist. Wird ja auch mehrmals angesprochen, dass sie irgendwie die ganze Nacht geheult hat und zusammengebrochen ist und so. But if you're gone, Date, I... Hey. Date. Wake up. Come on, wake up. What happened to your promise? You can't tell me you forgot. You promised, Date. We're supposed to eat stew. Are you gonna break your promise? You're not gonna take me? That's not fair, Date. You liar. And God's a liar too. I prayed at the shrine. I prayed that you wouldn't get hurt. Oh. Das hat sie sich da also gewünscht. Oh. But... Hehehe. Hehehe. I'll sink into his brain and guide him home. Someone? Mizuki. I need a favor. Huh? You synced with Date once before, right? Your synchronization levels were extremely high. You two are compatible for syncing. No one is more qualified than you. Please. Please. Save Date. Okay. I'll try. I... Police headquarters. Wednesday. Tights in for fear. It's okay. Remember. I need it in six minutes. Do not, under any circumstances, stay longer. So annoying. You told me a thousand times. Alright. It was okay. We're counting on you. Leave it to me. Date. Hold on. I'll bring you back. I promise. Are you ready, Mizuki? Hmm. Then, let's begin. I'll fix that one. Even if you may be buyingeta from if you still have an estate market for today. Next up, hold on. You're running away, you're running away. And even if you just breeze going on and have to run your best we'll� it down to if you don't have fresh food. Untertitelung des ZDF, 2020